Starterin, ihr Verein ist der EPF Südwestfalen e.V. War richtig, Carsten. So, Laura, herzlich willkommen mit Askör von Heidmoor aus der Zucht von Peter Belkowitz. Der Alva-Frostoder-Rovison, Mutter ist die Petra, Frau Strander-Höfti, zehn Jahre alt, der längste Askör, vorgestellt von Laura, der mir jetzt auch hier viel Erfolg wünscht. Bereit hält sich dann Julia Christiansen im Anschluss mit Felix von Blesserstöme. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 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 Dankeschön.